Servus zusammen, hier kommt der versprochene Clip über den Nasdaq. Das ist die Monatssicht vom Nasdaq. Also eine Kerze, ein Monat. Und da fallen mir so ein paar Sachen auf. Wir haben hier, das ist kein echtes Doppeltop, das war das Hoch vom 1.11.2021. Und da waren wir bei 16.768. Und hier ist jetzt das Hoch gewesen, das war im Juli 15.928. Ist schon noch ein bisschen Unterschied. Wir haben aber direkt dahinter, auf Monatssicht bei 16.250, haben wir das obere Band. Das hier, das MACD, ist für mich völlig neutral, ohne irgendeine nennenswerte Aussage. Wir werden negativ, aber noch nicht bestätigt über die Stochastik. Das kann natürlich, ich hole es noch ein bisschen mehr da raus, das kann natürlich auch sowas hier werden. Das will ich nicht ausschließen. Aber wenn ich das hier sehe, nach dem Anlauf, und zwar kam der von hier, am 1.12.2022 hier, ist es normal, dass sich das auch irgendwann mal ein bisschen abbaut. Also auf Monatssicht muss ich eher davon ausgehen, dass wir den Bereich der 20-Monats-Linie sehen. Da sind wir so ein bisschen über der 13.000. Das klingt jetzt sehr dramatisch, deswegen gucken wir mal, was es die Woche macht, um da mal eine Bestätigung zu bekommen oder auch nicht. Und ich bekomme keine. Wir sind wirklich in der Mitte der Bänder, die 20-Wochen-Linie ist bei 14.910. Völlig neutral über den Oszillator, völlig neutral über den Trennfolger. Da ist nichts. Ich habe da kein sinnvolles, griffiges Signal. Das ist Seitwärtsphase hier, seit 12.06.2023 ist das eine Seitwärtsphase. Ich habe hier kein Signal. Gucken wir mal auf den Tag. Wir warten natürlich alle auf die FED. Mittwochabend, 20 Uhr, 20.30 Uhr kommt die. Ja, was soll sie machen? Also ich glaube nicht, dass sie die Zinsen weiter erhöhen. Das ist immer so eine Gratwanderung, was die da machen. Deswegen, ich glaube, die werden gar nichts machen. Anzunehmen, dass sie die Zinsen senken, das halte ich für mutig. Also ich glaube, das gilt auch für die EZB, das ist frühestens Mitte nächsten Jahres der Fall. Sehe ich also überhaupt nicht, dass die da irgendwie was machen mit den Zinsen. Ich denke immer, da kommt so ein Spruch wie, wir haben jetzt mal nichts gemacht, wir werden es weiter beobachten. Sowas in der Art. So, da muss man schauen, was der Markt damit anfängt. Einen Zinspeak zu spielen, halte ich, genau wie bei EZB, für zu verfrüht. Vom Tageschart her. Ich habe jetzt einfach mal diese Linie hier gezogen, als optische Unterstützung. Wirklich positiv. Und dann im Moment ist es noch ein leichter oder sich aufbauender Abwärtstrennen. Positiv würde es erst werden über dem Hoch vom 1.9. Und da sind wir bei 15.607. Wenn er darüber schließen würde, wäre das durchaus positiv. Noch mal mit dem Ziel hier bis zur 15.928. Jetzt haben wir gestern, oder vorgestern, das war am Freitag, haben wir schon unter der 20-Tage-Linie geschlossen. Sind gestern nur drangelaufen, wieder so ein bisschen weggebröselt. Dieser kleine Bereich hier, 15.140, der ist schon wichtig. Das sind jetzt noch 100 Punkte weg, das ist nicht viel. Aber den halte ich schon für wichtig, sollte der gebrochen werden. Also diese horizontale Linie hier muss ich davon ausgehen, dass wir wenigstens das untere Band sehen. 14.853, das wird es bis dahin ändern. Das wird dann bei 14.870 bis 90 liegen. Aber ich habe hier zumindest keinen positiven Ansatz. Und fürs Negative ist es noch zu früh. Wir sind negativ über den Oszillator. Wir sind neutral bis leicht negativ über das MACD. Aber auch hier, weder auf Monatssicht, noch auf Wochensicht, noch auf Tagessicht, habe ich irgendein stabiles, sinnvolles, griffiges Signal. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, was das wäre, würde ich direkt weiter blättern zum nächsten Wert. Da ist einfach nichts Wildes dabei. Ich habe euch trotzdem jetzt mal ein paar Scheine reingebracht für den Fall, dass wir über diesen Bereich hier, warte mal, wo ist es hier nochmal, 15.607 gehen und schließen. Beziehungsweise, also ganz extrem wäre hier die 14.655. Das wäre mega blöd. Weil dann öffnen sich ein paar Schleusen, die runtergehen hier bis, hatten wir eben auch schon die Zahl, so um die 13.200. Aber so weit ist es noch nicht. Trotzdem die Zahlen, nochmal genannt hier, die Scheine. Den Call muss ich hier drunter legen. Das ist mir einfach zu heiß, also hier unter diese Linie. Das ist bei 14.510 im Moment, hat aber trotzdem ein 21er Hebel. Das ist kein kleiner Schein. Das ist die GP4YWD. Das kann man probieren, wenn wir hier runtergehen, mit so Schnüffelstücken. Und das kann man machen, wenn wir über dieses Hoch hier gehen. Dann kann man das machen. Ich möchte da nicht näher rangehen. Der Nasdaq, der springt auch gerne mal 2-3% hin und her. Und dann sind es auch gleich mehr 100 Punkte. Als Put habe ich eingenommen, der oberhalb von diesem Hoch liegt, was wir hier hatten. Und zwar bei 16.120. Auch der Freund, 17er Hebel, keine kleine Option. Die GP1-B89. Der ist für den Fall, dass wir unter das Band gehen. Und natürlich auch insbesondere unter diese Unterstützung hier von Ende August. Auch den kann man probieren mit Schnüffelstücken, wenn wir wieder erwarten, so muss ich das sagen, hier nochmal dran oder leicht drüber gehen. Dahin kann man das zumindest aussprobieren. Der hat relativ viel Platz. Aber auch dann nur mit Schnüffelstücken. Also nochmal als Komplett-Konklusion. Der gibt mir überhaupt kein Signal. Gar nichts. Das ist ein... Hin und her, mach Taschen leer. Es ist vielleicht für Stage-Shading ganz gut zu benutzen. Also für einen Endanleger ist hier kein sinnvolles, griffiges Signal, was man irgendwie machen muss. Und if you're in doubt, stay out. And I'm in doubt, so I stay out. Mir gefällt das nicht so besonders, aber ich habe immer noch keine echten, guten, griffigen, negativen Signale. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.